Hey! Und herzlich willkommen bei meinen FanDubs. Bevor der FanDub losgeht, würde ich mir wünschen, dass ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr keine FanDubs oder weitere Videos verpasst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem FanDub. Dann stirbst du zuerst! Freut mich, dich kennenzulernen, Verputter. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist etwas, das ich die ganze Zeit übergeschätzt habe. Sie ließ es unberührt, weil sie wollte, dass du es siehst. Bitte... Bitte... Akzeptiere dieses Geschenk. SIEEEEEN! Was zum Teufel ist das? Während mein Ende mich erwartet, bin ich froh, dass du hier bei mir bist. Mein Kindmann! Du! Was ist? Nur für dir! Welch wunderschöne Augen. Nun, das trifft dich hart, nicht wahr? Ich kenne dieses Gefühl. Die Emotionen, das Verlangen. Sie ziehen wirklich an deinem Körper, als wären sie dein eigenes, nicht wahr? Nun, das ist wahrscheinlich immer noch nicht genug, um die Prinzessin zu stoppen. Ich sollte abbrechen. Und, hat euch das FanDub gefallen? Wenn ja, dürft ihr mich abonnieren und die Glocke aktivieren und das Video liken vor allem. Oder halt disliken, wenn ihr das nicht so gut fandet. Du!